ja hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play Reihe wir spielen nämlich Sleeping Dogs ich habe mir das ganze Euro von Steam gedownloadet der Download Link wird auch in der Beschreibung sein ich habe von meinem Minecraft Videos und gehört dass sie nicht so gut sein sollten ich weiß ich habe mir irgendeinen Scheiß dabei ausgedacht weil ich am Anfang nicht wusste was ich denn jetzt playen soll aber das hier wird bestimmt gut ich habe die Vorgeschichte schon gespielt weil da hat man nicht so diese offene Welt habe auch keine Erweiterung wie das Sword Pack, Street Racer Pack und was auch immer und ja wir spielen einfach mal das ganz normale Spiel ich hoffe es wird euch gefallen und wie ihr seht geht es darin richtig gut zu und naja ich hoffe es wird euch gefallen ich werde ein paar Missionen machen aber auch ein bisschen sinnlos rumrennen gut das ist mein Charakter A, W, D A, W, S, D A, W, S, D Laufen Leertaste ist dann so ein bisschen joggen oder halt draußen dann rennen hier kann man interagieren mit eigentlich fast allem hier kann man sich ein Gedräng nehmen dadurch wird dann deine Schlagkraft boostet da drin muss man sich nichts kaufen und jetzt ist dem rechten Bildschirm oder in der Mitte das kommt jetzt nach rechts ja genau ähm erhöhter Schaden das dauert dann recht lange bis der wieder weg ist Kleiderschrank öffnen da hat man dann seinen ganzen Kleider und richtig gut man kann sich überall Sachen kaufen interagieren mit jeder Person walk mit F jetzt packen jetzt kannst du irgendwas mit dem machen und äh ja ich finde das Spiel ist halt echt cool hat verdammt viel Spaß und so als er auf einer Stelle springt das geht nicht naja was kann ich do for you du kennst du und von mir die zwei Wagen hat man schon verfahren ich nehme immer lieber das Motorrad für welche die noch nicht so gut sind ich glaube das ist ja Klasse C und Klasse B das seht ihr ja da unten bei dem Wagen äh Klasse B schwerer zu fahren als Klasse C ich finde die Klasse C ist aber auch nicht ganz gut wir nehmen die es mal verdammt viel Spaß aber das Kamerasystem für mich ist dann nicht so doll ausgereift aber kann der und man kann jetzt auch so fahren das wollte ich nicht sorry geht er weg und es gibt auch glaube ich so weit ich weiß keine Hupe das ist das doofe oh Gott so was suchen wir überhaupt ich guck mal nach irgendeiner Mission ist irgendein Bulle in der Nähe oh der Bulle hat mich gerade gesehen gut ähm hier ist es natürlich anders da der Verkehr bei uns fahren auf der rechten Seite hier fahren die auf der linken Seite ist ja Tokio oder ich glaub schon dass es Tokio ist ich hab in der vorgeschriebenen Unterlauf gepasst auf jeden Fall äh oh da haben wir schon was was wir machen können zum Beispiel ist auch cool das hier das kann man einfach mal in ganz vielen Spielen geht das einfach nicht also ich weiß jetzt nicht mehr wo die Personen sind eben waren sie noch hier hier gibt es einen Diamant Koffer und sowas naja gut jetzt ein bisschen am Far Cry 2 mit den Diamant Koffern also nicht Diamant Koffern an so ein Geld Koffer da ist es ja selbe das coole ist nicht so wie in GTA das man hier rumfährt und die einfach die Form so als du wenn du die jetzt anrimmelst dass sie dann einfach auf dem Teil sitzen bleiben und dann 3000 km weit fliegen sondern die halt dann anbauen Unfälle oder was auch immer wenn du Autos glaubst, geht die Alarmalage an, das demonstriert mal kurz auf wo ist jetzt schon angegangen und wenn das ein Polizist sieht, dann ist man was sagen wir die Polizisten sind aufgestärkt als in GTA gut, Helm einfach wegschmeißen hier ist ein Kaffee das ist auch immer ganz cool das ist ja kacke so das Ding kann man jetzt rein, das ist Tee laden hintergehen mit jedem Teil Kräutertee, 42, ja, natürlich kosten das ist alles cool, du kannst dich jetzt mit dir rumschleppen so lang bis und dann gegessen haben ok, Kräutertee jetzt kannst du auch hier links Shift drücken und dann oh Umweltverschmutzer was auch cool ist, sind die Kampfstils das ist richtig cool, ich habe Nahkampfschaden schon mal erhöht wenn ich ein Level Up hatte da gibt es jetzt noch so Sachen wie das hier oder wie aufheben und dann kannst du den so, warte, hoffentlich geht es jetzt ja, das hier zum Beispiel machen da gibt es noch die, äh, großen Keks das, das hatte, oh die hier, pam das ist auch cool oder das auch geht, das ist auch ganz cool, das ist wenn du renst oder hab ich niedergekriegt das hier, pam macht auch sehr viel Spaß, naja hier kam grad Sirene äh, du kannst auch ein Taxi einsteigen, die kann ich irgendwo hinfahren aber ich steck jetzt erstmal hier ein und kloses Wagen weil die ist eigentlich ganz cool die Wagen sind total geil auch zu fahren sind die richtig geil und die Umfälle und die Zerstörung von den Wagen sind auch richtig geil das Spiel ist einfach geil ich hoffe es wird euch gefallen bis sonst wenn bestimmte Freunde das sehen, weil ich weiß, ich kenne einen, der mag das total solche Spiele gut, oh gut, wir suchen dann jetzt erstmal, äh, was ich noch nicht, äh, herausgefunden hab, wie man seine eigenen Wagen irgendwie in eine Garage stellt aber ich glaub das geht ja drin, ich glaub die muss man sich dann kaufen gut, äh, deswegen eigene Wagen ah, das ist mein Lieblingswagen nein, der fährt weg, der fährt weg wow und man wird endlich mal langsamer und die Teile fliegen nicht so doll weg wie GTA oder so so halten wir mal an, steigen nochmal aus so, hallo da ist jetzt eine Frau drin, die ist ein bisschen zu schnell gefahren raus da, ich bin Polizei dieser Wagen ist einfach nur geil erinnert mich an diesen Mercedes SLR, glaub ich ISR und das Handy für diesen Wagen ist einfach nur episch driften, geht natürlich auch das geht auch so hier das ist ja das Geile dabei ich glaub die Frau wollte mich grad wieder rausziehen gut, wir suchen jetzt einfach mal eine Mission wow, 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 wow wow, das ist auch cool oh, das ist ein Polizist, das ist ein Polizist, ganz vorsichtig jetzt wow, wie geil, er merkt das nicht und äh, ne, ich glaub man muss große Vergehen machen guck hier jetzt, papp meine fliegen so richtig geil runter ich hab die Ankertversion, das ist irgendwie voll cool soweit ich das jetzt weiß wow ist auch gut, dass es auf dem Bürgersteigpark nein, das ist natürlich nicht gut, aber meine Mutter sagt immer auf dem Bürgersteigpark ist besser, als das sicher weiß ah, ich glaub dafür ist die Straße gut oh, stimmt die Kopfabhänger, okay, wir haben eine Mission, das war die Kopfabhänger die Kopfabhänger ist meine Lieblingsmission, weil die öffnen Spaß macht wenn man, äh links, äh, SZG drückt das ist hier das, das heißt man kann auch zusammen dann kriegen die verdammt viel Schaden und brennen dann ja ich glaub wir haben die wow oh oh da, die verteidigen praktisch den Diamantkoffer ähm, linksklick ist angreifen rechtsklick ist verteidigen, gegen Schläge also kontern da kann man nur so rennen und dann irgendwo gegen dort sind das ist halt richtig geil jetzt kommen wir hoch was wir auch machen können das macht auch verdammt viel Spaß das ist das hier du kannst mit fast jeden Gegenständen interagieren auch scheiße ja, ich bin noch nicht so gut ich bin erst Level 2 oh, linksklick nein, das ist mein Ende F, 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 F wow die geht es mir jetzt aber, wenn ich jetzt sterbe, ist es dem nicht oh, das war's, okay ich bin tot aber ich finde das Spiel ist auch eigentlich recht schwer nicht so viel GTA aber es macht verdammt viel Spaß gut, ähm dann starten wir im Krankenhaus und verlieren natürlich ein bisschen Geld ich hab auch nicht so viel und aber wir falten uns erstmal wie ein normaler Mensch das ist halt das Coole und jede Person interagiert anders als mit anderen sonst, äh, cool ist das Vorbeilaufen an Leuten manchmal, oder halt auch das andere Rempeln von Leuten die verlieren Sachen, die lassen Handtaschen fallen richtig geil, mal gucken, ob ich diesen Wagen hier ich hab noch keinen neuen Motorrad gefahren das ist jetzt mein erstes der ist ja geil mega gutes Handling bestimmt, ja wow, 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 wow ich hab keinen Helm, das ist nicht gut nee, nee oh, das stand ganz smart los nee, gar nicht der kommt jetzt bösen Koffer, aber da hab ich kein Bock drauf yeah, das ist ja geil wie, ich bin cool mit einem neuen Motorrad gut, ähm dafür sollten ich mal eine Mission machen wir von hinten zu diesen oh ja, jetzt komm schon den nicht im Kopf, ey oh, wow, 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 wow scheiße, aber ich glaub diesmal meins ist ernst das coole ist, ich hab ProTora, das heißt ich hab einen Vorteil weil ich durch dünne Passagen bisher gleich durchkomme besonders hier wird es jetzt ganz einfach die abzulegen ich weiß nicht, ob ich ihn hier hochkomme ich weiß nicht, ob ich ihn hier hochkomme gut, ich hab auch keine Sterne mehr so, wir gucken jetzt mal, wo wir dahin müssen ich weiß nicht, ob ich ihn hier hochkomme ich weiß nicht, ob ich ihn hier hochkomme nee hey, CD's, all die besten CD's hier gut, ich hab auch keine Sterne mehr das ist ein Klamottenladen, den zeig ich euch auch mal weil das ist ja jetzt erstmal so eine nette Show bevor ich dann richtig ins Spielgeschehen eingehe hier also du kannst ja jeden, äh, Dings verkloppen nicht, dass du die dann so dass das so hängt, das ist immer so so, ähm ich hab neue Sachen freigeschaltet gefälschtes T-Shirt aha, und ich das Just-For-T-Shirt schön, wir gehen mal zurück Schuhe und die sind beide scheiße aus Hüte und es gibt überall andere Sachen also das heißt nicht, du bist überall Bewusstseinswand aha, verarschen kann ich mich selber guck mal ob ich hier irgendwo einen Bulle finde weil ich brauch eine Pistole aber so ist kommt so schnell Verstärkung das ist das gar nicht einmal nicht überlebt also mit einer Pistole meine ich da hat immer nur noch drei Schuss drin gut, dass das grüne Schild da gehen wir jetzt sofort hin oh, oh, so, das wollte ich nicht sorry oh, Zwillinge, ich mag Zwillinge was, was will der hier denn? du kannst ja mit Motorrädern dann interagieren wo dann haut er den da so dran wo dann haut er den da so dran PAMP 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 ja, jetzt gibt's schon coole Moves du kannst erscheinen und so kaputt schlagen und die Cops abhängen und die Cops abhängen oh, scheiße die fangen irgendwann an zu schießen also ich darf jetzt keinen weiteren angreifen oder töten oder den selber die Waffe abnehmen, sonst verfolge ich Doppel zu viele hier oh, oh, OO nein steh auf los nein so, jetzt muss ich dir ermöglicht Space hoffe der sprecht jetzt ja dann weiß ich sie mich immer fertig zack hier gibt es irgendwo das muss wohl so kommen hier kann ich irgendwo hier kann ich irgendwo nicht drüber springen wo war das wo war das wo war das da drüben Geweck so ist es wie hier da war es schon links auch zwei Polizisten zwei Flammen damit wird Sterne weg hier kann ich hoch so ich weiß super jetzt hätte er mich hier an dieser Stelle genau an das ist ein bisschen ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin Boah er hat sie erst mal voll verletzt ich bin ich bin scheiße ich habe drei Sterne jetzt schießen wir nicht los geht's das wird schon echt cool und wie ihr seht das Schießsystem unseres auch richtig geil und ja jetzt haben wir sie schon abgehängt weil sie nicht so wie geht er dass die Sterne die ganze Zeit behältst außer wenn jetzt noch einer kommen würde gut hier ist das grüne Schild steigen wir aus gehen wir mal wie ganz normale Person da hin rechts und links gucken sowas auch bevor wir die jetzt machen will ich sagen wir beenden das Display hier und dann ja ich hoffe es hat sich bis jetzt gefallen und bis zum nächsten mal Ciao